Hallo und herzlich willkommen zu Novo Fitness. Heute gibt es ein Fettverbrennungsworkout mit lediglich 4 Minuten Trainingseinsatz. Du brauchst absolut kein Equipment, nur dein eigenes Körpergewicht. Und heute machen wir den Wechselsprung im Ausfallschritt. Dafür stellst du dich im Ausfallschritt hin, nehmst du den Oberkörper mit, gehst tief in die Knie und springst nach oben und wechselst auch oben die Position von den Armen. Von der Tiefe nach oben springt und wieder runter geht. Oberkörper bleibt hier ganze Zeit gerade. Achtmal 20 Sekunden, nehmt 10 Sekunden Pause. Mach dich bereit, Ausfallschritt, 2, 1 und los geht's, komm. Schön tief gehen, nach oben springen und die Arme wechseln. Okay komm, die letzten 10 Sekunden. Okay, noch 2 Sekunden. Und Pause. Beine ausschütteln, durchatmen und mach dich wieder bereit. In Position, tief gehen und hoch springen, komm. Tief gehen. Noch 10 Sekunden. Dann hast du die zweite Nummer geschafft. Und komm 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 komm, hält dabei. Okay, Beine ausschütteln. Durchatmen. 15 Sekunden Pause noch. Geh in Position und springen, komm. Oberkörper bleibt gerade. Und 10 Sekunden noch mal Gas geben, komm komm. Tempo halte. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Durchatmen. Und mach dich bereit. Und los geht's, komm. 20 Sekunden. 4. Runde. 10 Sekunden. Okay, noch 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Arme ausschütteln. Arme ausschütteln. Beine ausschütteln. Du hast es gleich geschafft. Runde 6. Mach dich bereit. Und tief und zurück. Komm. Körperspannung. Körperspannung halten. Und noch 5 Sekunden. Komm. Noch 2, 1. Aus. Ganz stark. Kämpf dich durch. Noch 2 mal. Mach dich bereit. Und komm. Die Vorletzte Runde. Noch 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Durchatmen. Bevor es in die letzte Runde geht. Noch 2. Noch 1. Und komm. Das letzte Mal. Noch einen richtigen Volldass gehen. Tief gehen. Komm. Ganz tief. Noch 10 Sekunden. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Okay. Ganz stark. Super. Ich bin stolz auf dich. Es war 4 Minuten Training mit deinem eigenen Körpergewicht für maximale Resultate. Vor allem in puncto Fettverwaltung. Super. Und wir sehen uns im nächsten Fall. Wau. Wau. Puh. KUH! Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.